10 Euro für Floppy, sehr nice, vielen, vielen Dank, auch das ist absurd, Blackstar96 spendet 40 Euro, übernimmt die Überweisungskosten, eine Supermagical Chest auf meinen Nacken, auch vielen, vielen Dank dafür, Engardos spendet 50 Euro, übernimmt die Überweisungskosten und schreibt dazu, für Big Spin, viel Glück beim Pushten. Boah, was, vielen lieben Dank, oh mein Gott, jetzt droppen wir die Spenden, Alter, was ist denn jetzt hier los, jetzt wird für alles gespendet, für Opening, für beide Experten. Ich frag mich halt, was er dagegen bei Mosketeere macht, ne. Das ist überhaupt nichts. Alter, Engardos spendet 50 Euro, übernimmt die Überweisungskosten, schreibt, für dich, Floppy, komme wieder, keine Frage. Was? Alter, jetzt ist halt komplette Eskalation. Das ist ja fast mein Führerschein. Ja, das ist es, ach man. Hoshi68 spendet 40 Euro, 20 für Floppy und 20 für Big Spin. Wow, vielen Dank, Hoshi. Vielen Dank, ja, es ist einfach krass, es ist einfach krass, was gerade abgeht. Vielen, Leute, das ist echt krank, also einer nach dem anderen hier. 5 Euro für jeden, oh mein Gott, Fallen Angel spendet 100 Euro, übernimmt die Überweisungskosten, schreibt, 50 Euro für Floppy und 50 für Big Spin. Wow, was? Jetzt ist halt, jetzt ist halt, jetzt ist halt Ende, ne. Das ist so viel Geld. Holy Shit. Ich weiß nicht, was ihr nebenberuflich arbeitet, aber das ist langsam, als Experte kriegt man hier mittlerweile mehr. Holy Shit, ich weiß nicht, was abgeht, man. Vielen lieben Dank. Die Antwort ist einfach ja. Ich muss ja gar nichts mehr. Kann ich bestätigen. Ich habe ihn in real life getroffen. Der, sobald der irgendwas, der vergisst nichts. Ja, krank. Okay, nice. Ich will jetzt hier grad die Spenden zählen, aber es funktioniert nicht, weil die ganze Zeit so viel Spenden reinkommt, das ist immer wieder hochscrollt. 18 Super Magical Chests. Danilo spendet 150 Euro, schreibt Grüße aus der Schweiz für jeden 50 Euro. Was? Oh mein Gott. Was ist hier los? Leute, das passiert hier die ganze, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen, vielen Dank. 50 Euro nochmal für jeden. Es eskaliert komplett. Es ist einfach nur krank. Das ist ein Monatseinkommen für alle, für uns in einem Stream. Es geht los. Ich meine, das sind acht, nee, warte, 17 Kästen, ne? Ja, Alter. Engados spendet 20 Euro. Hashtag 2000 Euro spenden. Alter. Alter Engados. Leute, an der, an der Stelle angesagt, bald kommt wieder ein Charity Stream. Okay? Ich würde sagen, das war jetzt, keine Ahnung was hier abging, ich kann es nicht in die Worte fassen. Es ist unglaublich viel Geld. Alles, was jetzt noch reinkommt, würde ich sagen, behaltet es, behaltet euch die Spenden. Wartet, bis der nächste Charity Stream ist, der wird in zwei, drei Wochen kommen. Da könnt ihr alle nochmal Gas geben. Es ist unvorstellbar viel. Der ist der Riese, ja. Wir möchten jetzt eigentlich nicht überall spenden, wir, es ist aber die falsche Seite. Er müsste jetzt den Schweinereiter auf der rechten Seite setzen. Genau, der ist der Schweinereiter. Jetzt setzen wir den Pekka ein, damit es, damit es Fino einen daraus bekommt. Hiergegen setzen wir jetzt den Elektromagier an und dann, äh, erst den Zepp. Und dann, äh, Fledermäuse. Bixpin? Ja? Du hast gerade eine 250 Euro Spende bekommen von NoMercy. Wie bitte? Eine 250 Euro Spende von NoMercy250. Er schreibt dazu an Bixpin, danke für alles, hast es dir verdient. Was? 250 Euro? Wie? Ne. Holy Shit, Alter. Oh mein Gott. Das ist so f- was? Ich habe hier gerade eine neue Liste angefertigt, da steht drauf, Bixpin kriegt noch 5 Euro. Da schreibe ich jetzt einfach 250 dazu, Alter. Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen. 250 Euro. Oh mein Gott. Vielen Dank. Ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Alter. Er hat sogar noch die Überweisungskosten übernommen. Wenn es böse ist, ist es ein Ballon. Ballon Freeze. Ich ahne das so ein bisschen. NoMercy spendet nochmal 250 Euro, nochmal für Bixpin, bist ein klasse Typ. Holy Shit. Was? Nochmal 250. Du hast einfach innerhalb von einem Game ein Monatseinkommen bekommen. Das ist... Alter. Vor allem NoMercy kennen wir schon. Der ist hier... Der zieht die Spenden nicht zurück. Der ist hier schon lange vertreten. Die sind... Die sind real. Das sind echte 500 Euro. Das ist so... Ich kann... Ich kann es echt nicht fassen. Ich weiß... Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll jetzt. Ganz ehrlich. Das ist so höllend viel Geld. Alter. Das ist ein bisschen krank. Ja. Also ich habe ja... Zwei ganz gewonnen. 63 Pokale dazu. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Sir Alex spendet 50 Euro. Übernimmt die Weisekosten und schreibt 25 für dich, 25 für Bixpin. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das... Das hört ja wieder gar nicht mehr auf. Das ist... Ich weiß... Ja... Wie gesagt... Ich danke euch so sehr dafür. Das ist unglaublich. Echt diese Unterstützung... Es ist einfach krass. Alter. Vielen, vielen Dank dafür. Mein zweitbester Epic Cut. So. Das war... Das war... Absolut... Lucky. Supercell... Also... Supercell... Merkt irgendwie... Deine... Hast du gesehen? Die Kiste von dir. Die war unglaublich heftig. Du meinst... Wie du mir erspielt hast. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Und auf dem einen Account das gleiche. Auch zwei Meter. Wir kamen gerade ganz entspannt 50 Euro für dich reingeflattert. Aber ich kann gerade das Dashboard nicht sehen. Wo haben wir es? Soll ich vielleicht... Der King mit dem Ding. 100 Euro spendet. Der übernimmt die Weisekosten und schreibt... Ja moin. 50 für dich. 50 für Floppy. Alter. Vielen, vielen, vielen Dank. Dabei haben wir noch gar nichts gemacht. Und... Alter, ist das viel Geld. Leute. Alter. Ich glaube, ich gehe einfach wieder. Das wird dir zu viel, ne? Ich weiß noch nicht, was du machst. Wir haben geredet, so. Ja, ich... Alter, das ist ja... Also an King... Mittlerweile hast du doch bestimmt deinen... Deinen Eltern oder Kollegen oder Freunden oder irgendjemandem davon erzählt, was da... Was da abging. Was haben die gesagt? Ja, die... Ja, die sind ein bisschen... Verwirrt. Wer widerspielt, wenn irgendwer damit Erfolg hat, dann spiele ich das einfach. Weil es macht mir immer noch so Spaß. Ich habe das damals nicht gespielt, weil es so P oder so war. Ja. Sondern einfach, weil mir die Karte und dieses Deck an sich einfach Spaß macht. Ich weiß, viele... Viele würden ganz gut davon sein, aber... So. Hier haben wir. Der King mit dem Ding. Ich weiß nicht, ob du es vorher mitbekommen hast. Er hat 50 Euro für mich gespendet. 50 Euro für Floppy. Und jetzt haut er hier nochmal 50 Euro für Big Spin raus. Vielen, vielen Dank. Unglaublich großzügig. Vielen lieben Dank, ey. Das wird aufgeschrieben. So heftig. 50 Euro nochmal. Leute. Einfach nochmal 50 Euro dazu. Dein Spendenzettel eskaliert hier komplett. Einmal wenn der 500 Euro Spende vom vorletzten macht. Ja, das ist also... Sehr krass, der King mit dem Ding. Vielen, vielen Dank. Sehr geil. Ja, Leute. Vielen, vielen Dank. 100 Subscriber sind erreicht. Das ist äh... Ultra viel. Tatsächlich. Mit einem Stream dazu. Absolut krass. Ne, nun ging's. Schweine weiter. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Munich Inspiration. Spende 50 Euro. Danke... Danke... Bixpin und Floppy für die Tipps. Liebe Grüße, INSPI. Ähm... Wieder so ne... So ne... Wieder... Ich glaub doch, das ist... Danke für die Tipps. Ist für mich klar. 25 Euro für Bixpin. 25 Euro für Floppy. Vielen, vielen Dank für die Spende. Sehr geil. Vielen Dank. Ist einfach krass im Grunde an die Unterstützung. Ah, die hat der ja auch noch vergessen. Oh, der viel. Wie kann man denn so viel? Oh mein Gott. Ja, ja. Floppy. Hä? Common Sense bei den Labalooks. Wir packen einfach... Alles hier rein und dann... Ja, ja. Das ist so komplett in der Notation. Das Problem sind die ganzen Prozesse. Dagegen kann ich ja null machen. Die wollen mich alle veräppelt. Ja. Da brauch ich Tornado. Ja, wie gesagt, Tornado. Tut zwar weh, aber wir haben gute Nachrichten. Da müsst ihr wieder gut drauf. Der King mit dem Ding spendet 100 Euro, übernimmt Überweisungskosten und schreibt 25 Euro für jeden von euch. Plus Chef Schmöbel. Nice. Oh mein Gott. So viel Geld. So viel Geld. Chef Schmöbel noch da? Ja, ich hab's gehört. Du hast grad eine 25 Euro Spende bekommen. Alter. Also King ist total... Wie gesagt, der hat... Der hat doch vorhin schon bei dir gespendet, oder? Ja. Wie gesagt, ich hab ja einen Gaming Monitor. War dann voll. Er hat's einfach voll gemacht. Dann wollten halt alle, dass wir ein neues Headset holen. Dann haben wir nach so einem Gaming Headset geguckt. Er hat einfach wieder direkt die Hälfte voll gemacht. Alter. Das ist kalt. Das ist... Das ist krass. Das ist echt... Ich hefte dich wieder. Vorhin noch einer hat einfach die ganze Zeit reingespammt. Äh... Big Spin hole leiser, du Noob. Ja. Äh... Locke 177. Spendet ganz entspannt. 40 Euro. Vielen, vielen Dank. Dafür ne Menge Geld. Erschreibt ein Zehner für jeden. Weiter so. Alter, vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Oh. Bist du jetzt in der Raketenreichweite schon? Ja. Die kickt wahrscheinlich nochmal den 30 Sekunden hin. Nice, dass der Ritter den King Tower ablenkt. Wirfst die Rakete jetzt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, mein Freund. Das macht Sinn, wenn du gewinnen sollst. Aber er hat nen Spiegel wahrscheinlich dabei. Deswegen wirfte sie jetzt schon, ja. Boah. Guck mal, der Chef predicted, bitte. Wie? Hast du das Game gesehen? Ich? Ja? Ja. Ja, im Stream wahrscheinlich ist verzögert. Ja. Es ist ziemlich verzögert. Das war der übelste Fail Call, den wir hier jemals im Stream hatten. Ich fand das voll dumm, weil ich mir das so angeguckt habe und gucke das viel später. Und da denkst du so, was labert der für ne Schein? Er spiegelt sie, sagst du einfach. Fail. Tut mir leid, Chef Bro, das kommt auf YouTube. Das war ein Ultime. Also Bixman war auch sprachlos von so einem Fail. Ich hab mir so gedacht, was möchte ich denn sagen? Was will denn da spiegeln? Wie rettet er doch verloren? Was soll er denn mit dem Spiegel machen? Ja, deswegen hab ich gleich gesagt. Und dann sagt er doch so ganz cool, ja der Chef hat's predicted. Fail, das ist auch noch live. Egal, macht dir keinen Kopf. Das sehen hier grad nur 8.000 Zuschauer. Auf YouTube vielleicht nochmal 100.000. Gar kein Problem, Chef Strobel. Alter, das sind grad vier Mooney-Spieler in den Top 65 der Welt. Was sagst du nochmal abschließend dazu, Chef Strobel? Ich weiß es nicht. Ich kann's nicht passen. Diese Verzweiflung. Ja, ich kann uns so nicht sagen. Der Chef hat's predicted. Warum hat er euch als Kette geworfen? Ey, das ist so gut, ne? Eins gegen eins gegen die Banditinnen. Auf einmal kommt man auf die Fledermose, dann kriegt sie das voll gebacken. Ja. Nice. Ja, nice. Yo. Das lief. Kannst dich gleich doppelt freuen, Flobby. Der King mit dem Ding spendet 50 Euro, übernimmt die Beweisungskosten. Schreibt 50 Euro für Flobby, 1.000 Dank für das Dolem-Deck. Boah. Alter, krass. Der hat sich vorhin schon ganz oft bedankt für das Deck. Eingespielt, kommt da einfach mit dem Sparky in den Top 20 Weltweit. Ey, kannst du mir erzählen, was der jetzt mit mir macht? So ein Witz sein. Der King mit dem Ding spendet 40 Euro, übernimmt die Beweisungskosten. Für jeden ein Zehner, für einen schönen Stream-Abend. Komm, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Dreh dich um. Er macht nur 360. Ey Leute, ich raste aus, man.